Wie? Waa... Kriegt er eigentlich mit, dass wir die ganze Zeit hinter ihm her sind? Gut, deswegen schickt er wahrscheinlich die Garten. Wart. Hui, Erika! Wart, von wo kommt ne Granate? Nein, nein, komm schon! Nathan! Rüber! Rüber Junge, nicht hoch! Ist aber nett, dass das wartet, bis wir hochgekrabbelt sind, bis das abbricht, ne? Absolut ehrenhaftes Brett. Nett von ihm, nett von ihm. Echt nett. Danke, danke, danke. Kann die Brücke vielleicht komplett warten, bis wir oben sind? Achso, jetzt kann ich mich gleich wieder anlassen hier. Hallo. So, Rainer. Safe ist die Tür wieder verschlossen. Wow. Oh. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Vorsichtig. Genau hinter dir. Hm, hm, hm. Wir kommen näher. Zurück. Oh, oh. Da ist Lazariewicz. Aufpassen! Augen auf! Wo ist Schäfer? Ich weiß nicht. Sie halten ihn bestimmt da oben fest. So, Entschuldigung, ich war noch etwas am Trinken. Hm, hm. Okay. Okay. Ähm. Warte. So. Okay, dann wollen wir mal, ne? Sollen wir mal, ne? Sollen wir mal, ne? Sollen wir mal leise sein? Oh. Klappt direkt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, jetzt ist es auch scheißegal, ob wir noch leise sind, oder? Das ist doch so hässlich! Was sind denn das für Olympiawerfer dauernd? Wir werden sehen! Versuch doch mal ein bisschen näher ranzukommen. Oh, das ist wieder so'n Schnipper-Johnny. Ich schätze nicht, du hast den Heetle verloren. Oh, da oben. Ja, wahrscheinlich, oder? Ja. Sigi, Seefährtchen, weißt du? Ganz ehrlich. Geh doch mal in Deckung mit Snater an, bitte. Ja, genau. Hä? Steht der über mir? Hier. Ah, Tatsache. Hä? Geh wieder hin. Scheiße. Nein! Ähm. Voll die Übersicht verloren gerade. Uh. Ja, genau. Hä? Hä? Von wo schießt der denn schon wieder von über uns? Okay, wir müssen erst den platt machen. Da haben wir ihn. Er kriegt ja gar nichts mit. Oh, danke! Uh. So. Nein, 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 nein. Nee, der ist auch klar. Ja, genau. Sigi, Seefährtchen, weißt du? Natürlich trifft er mich. Seiner hässlichen Schrotgang. So, wer will noch nicht? Wer hat nochmal? Hier ist noch jemand irgendwo. Okay. Du hast Bock, wa? Na komm, zeig dich. Cause you had a bad day. Tell me one down. You had a bad day. You had a bad day. Okay, komm. Wo ist jetzt meine M4, bitte? Achja. Nee, hä, das ist die Drageleiter. Wo ist die M4, bitte? So. Ein bisschen Muni. Ich wollte schon draufschlagen. Ich dachte schon, das wäre ein Gegner. Was haben wir hier noch? Oh, nochmal so ein M32. Hammer. Komm. Geht halt. Ist ja nicht so, dass du mir helfen könntest, ne? Was vielleicht einfacher wäre. Bleib ruhig, wo du bist. Schon okay. Ehre. Okay, komm, Elena. Schwing dich da mal hoch. Schwing dich da mal rauf, du. Ja. Hä? Drück heut. Okay. Tritt mich runter, wenn du oben bist. Oh nein. Kein Bock mehr, ne? Kein Bock. Warum? Amateure. Ja, mega. Scheiß Amateure. Ey, die hat den Vogel gerade getreten, habt ihr gesehen? Die hat glaube ich gerade den Vogel getreten. Ha. Hältst du durch? Ja, süß. Okay. Na, geht doch. Hammer. Elena, Hammer. Perfekt gewesen. Toll. So stelle ich mir das jedes Mal vor. Wir kommen näher. Okay. Mhm. Hey, hey, hey. Ich halte die Augen offen. Okay. Halt den Kopf unten. Freelung! Freelung! Ja, nein. Aua! Oh, Strohpistole. Nice. Okay, da kommt wieder einer mit Schild. Warte. Auf den warten wir mal eben. Oh, der ist ein richtiger Taktiker. Der hat so viel Call of Duty gespielt, glaube ich. Das ist natürlich jetzt bitter, ne? Okay, denn bei Call of Duty diese Leute, die immer mit Schild spielen. Verabscheue ich solche Menschen. Was war das denn jetzt? Yo, Elena, viel Spaß noch, ne? Scheiße. Ein Fasstod. Wollt ihr denn auch mitzählen, oder wie ist es? Fasstode? Sollen wir die jetzt schon auch noch mitzählen? Oder, oder, oder was wollt ihr jetzt? Wow, 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 hier hat einer wieder schnippert. Guck doch nicht da mal so hässlich mit einer hässlichen Butterbirne hier um die Ecke. So, jetzt holen wir uns die da oben. So. Pretty damn nice. Okay, haben wir hier ein bisschen Muni vielleicht. 60 Schuss ist auch nicht mehr die Welt, ne? Yo, nice. Nice. Nicen Stein. Okay. Desert Eagle haben wir ja noch, die wollen wir aber nicht. Snowing me, snowing you. Aha. Sind wir hier richtig? Ne, ne? Das sieht mir hier nicht so richtig aus. Oh, hier ist ne Tür. Ne, die brauchen wir nicht aufmachen, ne? Doch hier hinten weiter, oder? Oh, wahrscheinlich müssen wir hochklettern. Kann das? Oder wir nehmen die Tür. Ja, wir nehmen die Tür. Warte mal, Moment, ich komm sofort. Das sind so prädestinierte Orte für irgendwelche, für irgendwelche Gedinger, ne? Und wir finden gar nichts hier. Oh. Da oben. Da halten sie bestimmt Schäfer fest. Ach, Mist. Runter. Kapitel 23, Wiedervereinigung. Arschloch. Ja, dann bitte. Michelina! Nein! Geh mir aus dem Weg jetzt, Mädel. Los geht's. Meine Fresse. Ja, er macht hier wieder den. Da weiß ich, er macht wieder den einfach. Oh, nö. Okay, wir müssen mal kurz den Muni selber in dem Weg, bitte. War's das schon? Ne, hätte mich auch schwer gewundert. Na ja, geht, ne? Geht. Oh, ne. Kannst du doch keinem erzählen. Feuer! Nein! Oh! Züch! Von wo? Los weg! Haben wir ihn? Ja. Okay. Schrotpistole kannst du behalten. Los weg! Von wo? Feuer! Oh! Moinsen! In dein'n Sack! Was denn? Ach ja. Oh, ne. Was willst du mich jetzt, oder wat? Obama, Alter! Obama! Amen! 見 O cool Ach da ist noch ein Schuss drin aber der hat 20 gehabt oder was? Ist auch ein Witz irgendwie ne? Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Ich hab keine Munition mehr. Das kann ich dir sagen, ich hab keine Munition. 48 Schuss, wir nehmen doch die ganze Zeit Munition auf. Ist das so wenig? Ist das so wenig? Die Schnauze. Junge. Mach das nicht schon noch einmal mit mir. Hier lag doch gerade noch Munition, oder? Ah geil, 18 Schuss. Besser als nichts. So, so, so. Grüezi heute. Toll, alles umsonst. Wir sind hier. Sie hatten Recht. Recht womit? Alles, was Sie anfangen, geht wirklich schief. Okay, los. Wir bringen Sie heraus. Nein. Was machen wir? Haben Sie sie gefunden? Die Expedition. Ja, das habe ich. Verstehen Sie, was ich tun musste? Ja. Hätten Sie den Stein gefunden, wäre die Welt heute eine andere. Ruhig, ruhig. Er hat den Dolch. Ich weiß. Er ist zum Turm gegangen. Halt Sie ihn auf. Ganz ruhig. Nicht, nicht, nicht bewegen. Dieses Kloster birgt den geheimen Weg nach Shamballa. Das ist der Gottgei. Holen Sie den Dolch zurück. Finden Sie den Weg. Und vernichten Sie den Stein, bevor er ihn findet. Drake. Sie müssen glauben. Schäfer. Oh, nicht. Wir können ihn nicht einfach hier lassen. Wir haben keine Wahl. Du hast es gehört. Keine Musik. Glaubst du, dass das alles wirklich wahr ist? Ich weiß nicht. Aber er glaubte dran. Das reicht mir. Ruhe in Frieden, Deckard Cain. Okay. Wir sollten uns trennen. Was? Hör zu. Ich kundschafte den geheimen Eingang aus und du gehst zum Turm und überlegst dir, wie du an den Dolch kommst. Ja, okay. Aber sei bloß vorsichtig und bleib in Funkkontakt. Ja, okay. Viel Glück. Na toll. Jetzt wird immerhin wieder auf uns alleine gestellt, ne? Ist gut, glaub ich. Das ist gut. Das ist sehr gut. Glaub ich. Okay, jetzt müssen wir uns hier erstmal rausfriemeln. Ich kann da gerade nicht einschätzen. Sieht das so aus, ob wir an das Seil rankommen? Könnten tot werden. Nöööö, dat is it nicht. Mache vom Keyfred Westig auf getting home. B larmed zu bleiben, unvor néer und leer wieder aufgeworfen. Ex�를 als neu. Omaaarmbud that is his Winning. Da ist der Turm. Mö. Nö Barthaden am Maul. Ah! Äem. Ah! Und wo lugar der Turm da vorne, ne? Wo müssen wir ihn, Lähi wir einen? Ach! wenn ich nicht tschüss zwei doppelhead shots also ein doppelheadshot aber das silbertrophäe oder war das gerade habe ich das richtig gesehen 250 kopfschüsse was geht das ist gut glaube ich die musik einfach ich bin gucken wir gucken ich bin nicht hier guck mal jetzt geht's los jetzt geht's los du bist du Komm, alle guten Dinge sind drei. Ach, der hat tatsächlich uns noch gesehen? Krass. So. Sind wir hier richtig? Ne, ich glaube ich bin hier total falsch, ne? Ich bin hier total falsch, aber es war lustig. Hui! Danke! Warte mal, sind wir hier so falsch? Ja, ja, wir sind hier total falsch. Wir können hier nicht lang. Okay. Ich glaube, wir kommen hier aber auch nicht mehr hoch, ne? Schade! Wir müssen hier außen rum tatsächlich. Wir müssen hier oben an den Brettern, also an den Steinen. Ah, Mann, Nathan, was machst du? Bist du dich zwar umziehen? Nathan, geh wieder auf! Wir müssen tatsächlich hier hoch. So. Dann müssen wir nämlich hier lang jetzt. So. Oh, warte mal, kommen wir gar nicht? Hä? Okay. Ah, ja. Okay. Voll, voll der Umweg, aber hey, läuft. Oh Gott. Verdammt, worauf schießen Sie? Verdammt, worauf schießen Sie? Oh! Ja, ihr macht das schon da unten, ne? Ich muss mich da jetzt nicht einmischen, oder? Oder doch? Muss man hier auch nicht in alles einmischen, oder? Du Schwein! Nathan, würdest du bitte um die Ecke gehen? Danke. Was ist denn hier auf einmal los? Oh, wie fühlt sich das an? Oh, wie fühlt sich das an? Nathan, geh doch bitte in Denkung! Ja, das war dumm, ich hätte nicht in den Nahkampf gehen sollen. Aber der eine kleine Pisser hat mich gerade... Bist abgefuckt! So, jetzt gehen wir gleich direkt runter. Zack! Gehen hier sofort in Denkung. Match! Fuck you! Geht doch! Geht doch! Oh ne, kein Bock gegen die noch zu kämpfen, wa? Warum müssen die immer so komische Viecher mit einbauen? Was ist das bei denen? Ich hab gar keinen Bock drauf. Ich weiß ganz genau, dass wir gegen die auf jeden Fall noch kämpfen werden. Wow! Da ist noch einer! Toll! Toll, toll, toll! Das ist ja total toll! Toll, ti, toll, toll, toll! Äh, wo muss ich denn lang eigentlich? Doch die Tür hier, oder was? Ne. Doch! Natürlich nur an der Seite, ich verstehe. Äh, ja, ja, Asami, machen wir gleich, machen wir gleich. Wir gehen noch durch diese Tür. Oh, das hört sich wieder nach Kampfmusik an. Natürlich. Oh, okay. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Wo steht das blöde Ding? Okay, okay, okay. So ist das also, ja. Ähm, wo ist der denn? Ach, komm, wer ist ja jetzt noch hier? Ich hab gerade andere so einen komischen Granatwerfer geschossen. Komm ich da rüber? Nein! Doch! Oh, Baby! Bitter-Sweet-Symphony, Alter! Hahaha! Scheiße! Haben wir hier vielleicht auch irgendwas dickes, einen Granatwerfer oder sowas? Nee. Kriegen wir hier nicht, wa? Ach, so sah das hier vorher aus! Ah, ja. Okay. Interessant, interessant. Ist das so, ja? Was sind sie denn? Wenn sie nicht spielen. Fuck, nicht getroffen. Nein! Oh, gut, der ist tot. Oh, das wird dir wehtauen. Nathan! Eckig. Das ist bitter, das ist bitter. Ich bin nicht weggekommen. Dreck. Ich. Ich. Nathan! Ne, 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 ich sterben jetzt bitte. Oh! Ach, fickt doch die Hände. Ey, ganz ehrlich, ne, ich scheiße. Sterben wir gerade schneller, kann das sein? Dass wir gerade schneller sterben, das fuckt gerade richtig ab. Das kann doch nicht angehen. Na, wie jeden Dankeschön für deinen Raid. Herzlich willkommen. Vielleicht hättest du das nicht tun sollen. Das ist schlechte Stimmung hier gerade. Nein, herzlich willkommen. Dankeschön natürlich für deinen Raid. Was habt ihr gemacht im Stream? Bestimmt was Angedremmeres als das Kackspiel hier. Alter, Maul, stirb endlich. Du waschlippel. Ja, genau. Nee, 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 hör auf damit. Jetzt haben wir den Pistol haben wir hier nur. Jo, da geht's direkt los. Nee, hör auf. Ach, fickt dich doch. Nimm nur mal den Scheißraketen, der war jetzt die Hand. Oh, oh, nice, nee. Oh, das geht's. Oh, das ist nicht so gut. Das ist gut. War's das?